Ich heiße Robert Schwab, ich bin ein Geschäftsinhaber von ContiMarkt und ich bin sehr stolz darauf, dieses Jahr den Markt komplett umgebaut zu haben, um allen Kunden eine Frische und Vielfalt anbieten zu können. Es hat sich sehr viel verändert. Wir haben jetzt eine neue Obst- und Gemüseabteilung mit neuen Regalen. Die Auswahl ist größer geworden. Wir haben Waren aus aller Welt, die wir jetzt täglich frisch noch schöner auslegen können. Auch an der Tiefkühlabteilung hat sich sehr viel verändert. Wir haben jetzt Tiefkühlregale, wodurch wir jetzt circa dreimal so viel Tiefkühlkost anbieten können wie vorher. Die Kühlung wurde von 8 auf 15 Meter erweitert, wodurch wir jetzt viel mehr regionale, genauso internationale Wurstwaren anbieten können. Genauso an Fischprodukten, Milchprodukten, Salate und vieles mehr. Genauso bin ich froh darüber, dass das Trockensortiment in etwa gleich geblieben ist, obwohl wir die anderen Flächen erweitert haben, da wir jetzt neue Regale haben, die jetzt auch meiniges hören. Bei uns im Markt erwartet euch ein besonderes Einkaufserlebnis, insbesondere durch unser internationales, genauso regionales Sortiment und ein Service, den die meisten anhandlich bieten können. Unsere Frischetheke umfasst eine riesige Auswahl an frischen Fisch, geräuchertem Fisch und verschiedenen Fischprodukte, die so in Lingen einzigartig ist. Besonders beliebt ist unser Grillfleisch. Dieses würzen wir mit unserem Hausgewürz, was es nur beim Pramtima gibt. Bedanken möchte ich mich bei meinen Eltern für die tatkräftige Unterstützung meiner Frau, die mir immer den Rücken freigehalten hat. Genauso mein kompletten Team, das mich bei meinem Vorhaben immer unterstützt hat. Und jetzt kommt vorbei und überzeugt euch von unserer Frische und Qualität.